Strahlende Gesichter hat es am Montagvormittag in Ramsloh gegeben, als die 52 Zehnklässler des Laurentius-Siemer-Gymnasiums feierlich verabschiedet wurden. Die Entlassfeier fand im Rahmen einer Vollversammlung in der Aula der benachbarten Haupt- und Realschule Saterland statt. Viel Dank, Musik und viele Geschenke gab es an dem Vormittag. Und auch die Lehrer hatten eigens ein Lied für die Absolventen umgedichtet. Höhepunkt war dann natürlich am Ende die Übergabe der Abschlusszeugnisse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017